Ja, also ich habe so einen Spark-Koffer von Samsonite und da ist 000 eingestellt. Ich möchte es aber gerne verändern. Bitte können Sie mir erklären, wie ich die Nummer anders einstelle. Ganz einfach, Sie machen den Koffer mal auf. Also die Grundeinstellung ist wie gesagt 000. Sie drücken auf das TSA-Schlüsselschloss drauf, dann öffnet sich das Ganze. Nehmen einen Kugelschreiber in die Hand und bei dem TSA-Zeichen haben Sie so einen silbernen Zapfen. Und den können Sie reindrücken. Der bleibt dann drinnen und dann kann man seine Zahl aussuchen. Wir probieren mal 111. Und um das Ganze zu bestätigen und zu programmieren, drücken Sie wieder auf das TSA-Schloss. Diesmal ein bisschen fester und der Zapfen springt wieder hinaus. Und jetzt, ab jetzt ist 111 programmiert. Wunderbar, vielen Dank für die Erklärung. Sehr gerne.